Moin Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut über die Feiertage und ins neue Jahr gekommen und seid jetzt wieder hyped auf den Weitergang der Bundesliga. Es wird langsam mal wieder Zeit, auch wenn es noch über eine Woche hin ist, habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt schon mal fürs kommende Wochenende, also das letzte Wochenende, bevor es wieder weitergeht, ein Video für euch auf und spreche schon mal so ein bisschen über mögliche Transfers, damit ihr schon mal präpariert seid und wisst, den Spieler muss ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn er auf den Markt kommt. Wir sprechen jetzt heute vor allem auch über offene Positionen, worauf ihr achten müsst. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein mit Elif Elmas, der gekommen ist zu RB Leipzig, jetzt schon gekauft worden tatsächlich. Und in Leipzig wird er vermutlich eine offensive Achterposition wie die von Baumgartner oder Xavi Simmonds einnehmen. Ich persönlich gehe davon aus, dass man ihn erstmal geholt hat, um ihn so langsam an die Mannschaft heranzuführen. Ich denke mal, Xavi Simmonds wird im Sommer dann vermutlich abhauen und mit Elmas hat man sich halt einen Spieler geholt, der viel Potenzial hat. Ich denke mal, man wird ihn jetzt nicht mit Startelf-Einsätzen überhäufen. Ich denke mal, für unsere Relevanz, für unser Kickbase ist er nicht sonderlich relevant. Allerdings muss man sagen, dass er für Sommer relevant werden könnte. Ich persönlich gehe davon aus, dass Elmas deswegen für euch jetzt kein Spieler ist, wo ihr viel Overpayen solltet. Das ist meiner Meinung nach einfach nur ein Spieler, der erstmal in den Kader integriert werden sollte und der auch tatsächlich nicht für diese Achterposition hier meiner Meinung nach infrage kommt, sondern echt einer ist, der offensiv am liebsten auf der 10 spielt und dementsprechend für mich erstmal keiner ist, der uns so genau zu interessieren hat. Dann gehen wir mal weiter zu Eintracht Frankfurt. Da haben wir zwei sehr spannende Personalien. Einmal Donny van de Beek, der wird meiner Meinung nach jetzt auch relativ schnell vermutlich auf der 8 spielen. Problem ist das, wenn Skiri wiederkommt, wird das Problem, dann wird das Programm auch wieder härter für Frankfurt. Wir sehen jetzt an den Gegnern, man spielt natürlich auch noch gegen Leipzig, aber gegen Darmstadt, Mainz und Köln. Das sind Gegner, bei denen man Van de Beek auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ich denke mal, man kann ihn durchaus kaufen. Aber auf die ganze Rückrunde gesehen würde ich wirklich nicht sagen, dass Van de Beek sonderlich relevant wird. Skiri kommt dann wieder, Larsson ist unglaublich gut eigentlich in Form bei Frankfurt und man hat zusätzlich noch Dina Ebimbe und Götze, die alle diese Positionen irgendwie spielen können. Und von daher würde ich Van de Beek tatsächlich jetzt nicht overpayen an eurer Stelle. Klar, es gibt Ligen, in denen der Markt sehr abgegrast ist. Allerdings würde ich euch trotzdem dann irgendwie raten, auf andere Positionen zu hoffen, weil Van de Beek für mich jetzt ja gar nicht mal so perfekt da reinpasst. Also er ist eigentlich eher wie Larsson vom Spielertyp, meiner Meinung nach. Und dementsprechend wird es da sehr, sehr eng für ihn. Aber klar, für die nächsten drei Spiele kann man den auf jeden Fall mal aufstellen. Langfristig wird sich dann zeigen, inwiefern der halt dann wirklich spielt. Vor allem könnte man jetzt ja auch Götze spielen lassen gegen Leipzig. Vor allem aus dem Grund, dass man jetzt ein Spieler, der schon etabliert in der Mannschaft ist. Aber wir wollen gar nicht uns so lange mit Vandenbeek auffalten, sondern wir wollen mal reingehen und uns die Stürmerposition angucken. Und zwar hat bis jetzt Oma Mamouche im Sturm gespielt bei Frankfurt. Einer, der ja letzte Saison bei Wolfsburg in der ganzen Saison fünf Tore geschossen hat. Hat jetzt schon sieben Hütten und drei Vorlagen gemacht. Und bei dem läuft es richtig, richtig gut. Der ist jetzt auf dem Afrika Cup und natürlich auch in der Conference League Firma getroffen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Oma Mamouche, der ja eigentlich ein, ja ich sag jetzt mal, durchschnittlicher Mittelstürmer ist. Ich will jetzt seine Qualitäten nicht mindern, aber diese Stürmerposition, den reinen Mittelstürmer zu geben, hat er vorher nie gegeben. Hat er nie gespielt. Dementsprechend würde ich jetzt Mamouche eigentlich nicht als Mittelstürmer deklarieren. Allerdings hat er trotzdem sehr, sehr gute Stats gebracht. Und ich kann mir deswegen vorstellen, dass ein möglicher Ersatzmann noch deutlich, deutlich besser performen könnte. Und im Auge habe ich da persönlich Sasak Alejcic. Wenn der nämlich nach Frankfurt kommt, wir können uns mal kurz die Stats angucken, die er zu seiner Prime-Bundesliga-Saison hatte. Das war 2021-2022, nee war es gar nicht. Genau, diese Saison war es. Der Mann kann Bundesliga, hat damals bei Stuttgart, die, man darf es nicht vergessen, zu der Zeit noch gegen den Abstieg, beziehungsweise ja viel weiter unten als momentan gespielt haben. Super performt, ist dann nach England gewechselt und könnte jetzt, nachdem er sich da auch ein Kreuzbandriss, glaube ich, oder irgendwas Schwerwiegendes hatte, der, ich muss mal gerade nachgucken, was es war, genau, ein Kreuzbandriss zugezogen hatte, ist er jetzt wieder zurück, ist noch sehr jung, entwicklungsfähig. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der in der Frankfurter Sturmspitze als richtiger Mittelstürmer, so wie man im Buche stehen hat, auch richtig, richtig gut performen kann. Das kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Dementsprechend würde ich Sasakalajic, beziehungsweise generell jeden Stürmer, der da vorne reinkommen könnte in die Spitze, auf dem Schirm, ob es jetzt ein Iketiki ist oder, ja, ob es ein Kalimuendo ist. Es gibt viele Spieler, die momentan mit dem Sturm in Verbindung gebracht werden, aber ich würde mich da auf jeden Fall fokussieren, dass ihr euch für euer Team den Stürmer von Frankfurt mitnehmt. Also wenn da einer reinkommt, das ist für mich ein ganz, ganz heißer Spot, den würde ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben, nur dass das mal gesagt sein sollte. Wir machen jetzt noch eine letzte Sache und zwar gehen wir jetzt mal wieder rein in Kickbase und schauen mal auf meine Scouting-Liste. Hier sind ja wirkliche Legenden eigentlich noch drauf. Ein Kießling, ein Verfann, ein Eugen Polanski, selbst ein Westermann habe ich hier noch, ein Dante. Da könnte man wahrscheinlich stundenlang verbringen, sich alleine diese Spieler anzuschauen, die ich hier am Start habe. Wollen wir jetzt aber gar nicht so lange machen, sondern wir suchen, nebenbei hier noch Kevin den Bräune, das war auch ein Monster. Wir suchen einen ganz bestimmten, ja, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen hängen geblieben an den alten Spielern, wir suchen einen ganz bestimmten und zwar Jadon Sancho, den habe ich auch auf meiner Scouting-Liste. Wir wollen uns das Ganze nochmal angucken. Möglicherweise kommt er ja wieder zurück nach Dortmund, die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten, man ist sich angeblich einig und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jadon Sancho zumindest, ja, für sich persönlich bei Dortmund zu alter Stärke zurückfindet. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er so eine Saison hier wiederholt, wie die Saison 2021, wo er eine 170er Average gespielt hat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jadon Sancho zumindest, ja, wieder so unbeflügelt oder beziehungsweise so unbesorgt aufspielen kann, wie er es früher gemacht hat. Ja, vor allem, weil Dortmund eine gewohnte Umgebung für ihn ist, da wird er relativ schnell wieder in alte Muster verfallen, meiner Meinung nach. Dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir bei Jadon Sancho zumindest, wenn er kommen würde, eine sehr, sehr gute Performance kriegen würden. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da zumindest den Schnitt von einem Bueno-Güttens und Mahlen deutlich übertrifft und er direkt, ja, zum besten Scorer der Rückrunde wird. Einfach aus dem Grund, dass man bei Dortmund ja noch keinen gefunden hat, der das wirklich kann. Also Föhl guckt mal vorne weg, den kann man ruhig auslassen. Aber ich meine, von den Flügelspielern kann ich mir schon vorstellen, dass Sancho sich da relativ schnell wieder festspielen wird. Das heißt, wenn Jadon Sancho kommt, würde ich an eurer Stelle auch darauf gehen, aus genau dem Grund, dass eben in den meisten Lingen eh alles weg ist. Von daher würde ich euch jetzt erstmal die Hand geben, auf jeden Fall Jadon Sancho mitzunehmen, wenn er draufkommt. Und den Stürmer von Frankfurt, das finde ich nämlich ultra interessant, man darf nicht vergessen, Oma Mamouche macht da sieben Tore, drei Assists und ist nicht mal ein gelernter Mittelstürmer, kommt eigentlich immer nur bei außen. Zumindest war das bei Wolfsburg so. Und ja, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass ein richtiger gelernter Mittelstürmer dann noch deutlich, deutlich besser und deutlich, deutlich stärker performt. Dementsprechend die beiden auf jeden Fall als Hot Guasses in dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich sagen, wir sehen uns mit weiteren Videos in den kommenden Tagen.